Hallo und herzlich Willkommen bei Dead Space 1. Es ist besser geworden mit Kopfhörern, mit ordentlichem Sound. Es hat mich schon geschockt an manchen Stellen, ja. Ich finde einfach keine Munition. Wettbewerb! Das war's für heute. Das war krass. Das war krass. Das war krass. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Wenn Sie das Shuttle wirklich reparieren können, dann gibt es eine bessere Verwendung dafür, als zu flüchten. Sie müssen verstehen, die Kräfte, die hier am Werke sind, sind gewaltiger, als Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie jetzt weggehen, dann verurteilen Sie die ganze Menschheit zum Tode. Der Planet wird niemals innehalten, es sei denn, der Mark habe zurückgebracht. Verstehen Sie denn nicht? Die Kirche hat Unrecht. Das ist alles eine Falle. Ich habe es gesehen. Bitte. Sie müssen mir helfen. Ja. Helfen wir ihm? Hat jemand Schmerzen? Ich höre da jemanden schreien. Ich höre da jemanden schreien. Das Zeug ist gruselig, Mann. Eine Werkbank. Wir haben keine Energieknoten. Also holen wir direkt wieder ab. Also holen wir direkt wieder ab. Oh, wie praktisch. Wir haben einen Energieknoten. Ähm. Kannst mal Cutter. So. Plasma Cutter. Nein. Ja. Ja. Hier spricht Commander Callaghan. Wir haben Feinde an Bord. Das ist keine Übung. Feinde sind außerirdischen Ursprung. Wiederholen. Außerirdisch. Und extrem gefährlich. An alle Kuhmitglieder. Waffen bereit halten. Und nach Erwärten schießen. Mani-Spiel oder was? Dafür habe ich aber leider nicht genügend Muni für solche Spielschen. Und nach Erwärten schießen. Nicht, dass er mich gleich noch unangenehm überrascht. Es ist fucking dunkel hier. Oha. Oha. Maikamente. nicht Habe ich keine Muni mehr? Nämlich mal das Impulsgewehr. Nämlich mal das Impulsgewehr. Nämlich mal das Impulsgewehr. Nämlich mal das Impulsgewehr. Kau! WDR mediagroup WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Nein! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Oh nein! Nein! Was? Ender Nein! Das ist kack so. Da bekommt man ja glatt schwitzige Finger hin. Oh nö. 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 Uh nö. Oh nö. was nerven aufreiben hier besonders ohne money damit zu einer kack money kommt schon ein shop kommt schon kommt schon kommt schon Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist doch unschaffbar. Das war's für heute. Ich würde einen Energieknoten bekommen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was passiert denn, wenn ich durchrenne? Was passiert? Das war's für heute. Oh Mann, wenn ich mich dahinter stelle und sie herlocke, müssten sie doch eigentlich da hochgesogen werden. Und dann müsste ich die doch eigentlich töten können. Mal schauen. Oh, der erste kommt schon. Die Viecher sind schlau genug, um da rumzulaufen, oder was? Ich bin schlau genug, um da rumzulaufen. Ich bin schlau genug, um da rumzulaufen. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich bin schlau genug, um da rumzulaufen. Ich bin schlau genug, um da rumzulaufen. Ich bin schlau genug. Was ist sie dort rumzulaufen? Bo islands! Bcken! Und schon. Was ist das, was ich war? Was denn? Scheiße, Mann! nie wieder mit zu wenig munition nie wieder das hat mich ganz schön geschafft das ist das die 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 Das hat mich echt fertig gemacht. Oh, der Kampf gerade war... Dieses Spiel macht mich fertig. Dieses Spiel macht mich fertig. Ja, aber trotzdem, ich muss es hier pausieren und... Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.